So, das heißt, jetzt hatten wir eine Stadt, dann kommt jetzt eher ein Wald dran, oder? Fix wie nix, ich mache gerade nur Smalltalk und bewerbe meinen YouTube-Kanal. Bitte abonnieren! Nein, Spaß. Aha, der Spam im Chat, verstehe. Ich habe keine Ahnung, was wir nehmen können. Ich habe so viele Maps und du kannst mir ja nicht mal helfen, meine auszuzucken. Ich will eine, wo es Bäume gibt und Leitern. Schreib sie mal. Bäume und Leiter, oh man. Das gibt es auf jeder Map. Okay, und dann hätte ich noch gerne ein schönes, geiles Auto. Ein Auto, okay, dann spielen wir Slenderman. Gibt es das wirklich? Okay, ich dachte jetzt, du meinst, du würdest... Okay, ja. Oh ja. Ich bin jetzt nicht sicher. So, Moment, ich muss noch eine andere Waffe nehmen, dass ich nicht immer dasselbe habe. Und dann würde ich sagen, geht es los. Wir haben jetzt alle schön auf uns gewartet, während wir AFK-Wahn-Aufnahme checken. Ich tue da bitte so. Sehr brave Leute. Achso, ich habe gar nicht den Chat gelesen, was du hier für... Worme Dinge von dir gibst. Ich? Ich habe nichts gemacht. Wo bist du? Vithano lädt noch. Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich meine, ich dachte, ich bin eh ready schon. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ja, er lädt noch. Jetzt bin ich da beim Slenderman. Wo bist du? Ich bin ganz hinten noch. Ich muss erst aufholen. Ah, du bist Slenderman. Die Aufholjagd ist gestartet. Ich bin auch hinter dir. Oh, da sind die Gegner. Da sind die Gegners. Gib ihnen! Du musst immer so zwischen den Bäumen hervorschauen. Ich rush den da hinten. Der ist AFK! Ein Kill! Gib ihm! Wo? Gib ihm! Das ist gar nicht der AFK. Er hat sich nur AFK gestellt, oder? Boah! Ich habe einen bekommen. Ey, du hast 1-0-0. Double Kill! Du hast 2-0-0. Oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich tot. Er überholt mich gleich. Ich finde irgendwie... Ich meine, ich nenne dich ja so privat nicht Vithano und auch im Video nicht. Aber es kommt so komisch, wenn ich Daniel sage und du Daniel sagst, weil wir heißen ja beide irgendwie Daniel. Aber ich werde dich trotzdem nicht Vithano nennen, sondern nur so, wenn ich irgendwas allgemein erkläre für die Zuseher. Aber du bist der Daniel, also nur, dass es jeder weiß, er heißt nicht Vithano, also er heißt schon Vithano. Moment, kann ich eigentlich noch mehr verwirrende Sachen von mir geben? Meine Mutter hat mich Vithano getauft. Und damit taufe ich dich auf den Namen Vithano. Jo, so ist das. Also, ich bin der Daniel, er ist der Daniel und gemeinsam sind wir Doppel-D. Doppel-D. Das gibt Freude. Vernichtung! Vernichtung! Schöner Double Kill. Alter, du hast so richtig einen fetten Score. Du überholst mich gleich. Das ist so richtig erwärmt für mich. Jo. So, hattest du wieder einen Double Kill, oder was? Ja, vorher, gerade. Oha. Oh, ich habe einen Pick-and-Win-Coin, den dürftest du auch bald bekommen. Man erhält nämlich so... Jeden Tag, oder wie? Ja, wenn man 50 Minuten oder eine Stunde, das wird geändert wie Unterhosen, dann bekommt man einen Coin zweimal am Tag. Ah. Und wieder der Typ mit der Armbrust. Tobel, du bist mein Erzfeind. Da spielt eine Stunde und hat schon einen Erzfeind. So schnell kann es gehen. Jo, so ist das bei mir. Okay, warte, ich gebe dir... Ich gebe dir Brustdeckung. Was? Ja, du gehst vor. Ich gehe sicher nicht vor. Und du gibst mir Rückendeckung. Oh, hier ist der Spawn von denen. Das sind ganz viele. Oh, da ist einer. Oh, das sind drei. Gib mir Support. Ach, und das sind drei Erzfeind. Nein, von hinten. Ich habe zwei Granaten gefetzt, dann war ich irgendwie verwirrt. Die Granaten sind nicht so der Burner, die du hast. Wieso nicht? Na ja. Ist das nicht irgendwie so ein Hit, ein Kill? Bei denen nicht. Normal schon, aber nicht bei den Anfangsgranaten. Ach Gott. Die Anfangsgranaten sind so ein Hit, ein HP. Ach so. Wow. Oh oh. In etwa. Übertrieben gesagt. Der will mich, der will mich. Der will mich. Nein, wie viele sind da? Drei. Bist du willig? Es braucht drei gegen einen, um mich zu schlagen. Du bist einfach OP. Ey, nicht campen hier. Du bist einfach OP. Aber wieso laufen wir immer zu dritt? Deine Spieler hat nervöse Zuckungen. Der wechselt immer hier so den Waffen. Ja, ich auch aber eigentlich. Mit Kuh geht das ganz schnell. Zack, 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 zack. Ach so, Kuh, ja, stimmt. Mit einer Kuh geht das ganz schnell. Gib doch gut Milch. Ist gesund. Badum. Außer man ist laktosintolerant. Zum Beispiel. Was ja angeblich 30% aller Europäer sind. Im gewissen Maße. Bei den Asiaten sind es noch mehr. Oh ja. Die Japaner. Das sind die Gegner. Ich sehe keinen. Jetzt ist es schon vorbei. Okay, passt. Nein, du bist... Aber hey, du hast schon wieder ein Level up. Ein Level 4. Oh, nice one. Ein Power-Level-Guide hier. Ja, jetzt kannst du mal... Jetzt kannst du mal ins Inventar gehen. Dann klickst du links unten den Koffer an. Items im Loadout zuordnen. Jo. Dann kannst du bei Aktionsleiste die Tränke reintun, die du bekommen hast. Im Pick and Win. Ah. Und da kannst du dir eine Taste aussuchen. Da habe ich einige, ja. Warte mal, was ist da das Beste? Eh, der 100er Heiltrank. Du kannst alle nehmen. Alles, was du hast. Verteilt das auf V, B, N. Was heißt so? Und dann kannst du dich... 100% FP-Bonus. Wenn du das in einer Runde einsetzt, bekommst du für diese Runde die doppelten FP. Aber das sollte man dann eine lange Bienenfarm-Runde machen. Was nicht bei allen so gerne gesehen ist. Also das könntest du dir noch aufheben. Oder... Je nachdem, wie lange du noch vorhast, hier Brick Force zu spielen. Ich würde einfach mal ein bisschen ein paar Sachen reinlegen und passt schon so. Metano OP. Oder ich hätte eine Map. Da geht es richtig zur Sache. Eine kleine Map, wo man immer sofort einen Gegner findet. Was hältst du davon? Das könnte zwar in die Hose gehen, aber... Mir ist das egal. Also ich bin für alles zu haben. Wie komme ich da wieder zurück? Paintball heißt die Map. Erstmal das X anklicken und dann den Pfeil links oben. Na, ich bin schon wieder da. Okay, Moment. Ich nehme noch eine krasse Waffe. Locust 5 und... Es geht raus. So, da hast du... Die Map ist echt so klein. Da hast du sofort einen Gegner. Also sei gefasst. Yo, ich bin dabei. Entweder du hältst dich hinten auf und staubst dann ab, oder... Nein, ich rushe. Keine Ahnung. Ich rushe! Wie ein echter Russe. Russter, äh, russter. M-m-m-m-monsterkill. Vernichtung! Setz deinen Ulti ein! Ich habe mich getötet, aber jetzt bin ich auch tot. So, wo bin ich? Metano, mach Ulti! Du hast 1-1-1 und einen Score von 111. Also irgendwas hast du heute für magische Zahlen. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut da. Das ist sogar sehr gut. Nicht Megusta. Megusta schon sehr viele. Keine Granaten. Granaten sind für Weiche Eier. Deswegen sind es auch Eier. Ja, so in etwa. Oh, oh. Gib ihnen! Hast du noch eine Kill? Nein. Du musst mich am Laufenden halten. Ich will jeden Kill von dir feiern. Oh! Ich habe keine Muni mehr. Gibt es noch so viele Kills hier. Aber Gegner gibt es viele. Wirf ein paar Granaten. Komm, tu es. Spring über deinen Schatten. Keksbanane hat mein Granatenkill und ich nicht. Das muss sich ändern. Wirf mehr Granaten. Deine für dich. Und meine für dich. Und für mich? Nochmal. Oh, oh. Das ist so ungefähr. Oh ja. Mit meiner Rüstung bin ich da ein One-Hit-Opfer. Also ich kann nicht irgendwie hinter die Leute kommen. Aber ich glaube, Maps so klein ist. Auf großen Maps, wo du taktisch spielen kannst, hast du einen Vorteil. Weil du bist gar nicht so schlecht. Du fehlt nur die Waffe. Es ist immer so. Oh. So, jetzt komm gemeinsam. Hey, blockier nicht. Gemeinsam schaffen wir das. Vermichtung. Ein Kill. Oh yeah, nice one. Noch einer. Lade nach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo ist hier? Links, hinten. Oh. Ich verstehe die Map. Ein Brickshot. Sie ist zu groß und kompliziert. Ich mache das schon. Hilfe. Es geht endlich down. Nein, endlich. Wäre jetzt ich? Nein, nicht ich. Oh, als mich tot. Ja, ich habe eh schon. Bist du mit mir? Oder gegen mich? Fünf Kills, bitte. Das ist nice one. Oh. Da geht die Party ab auf der Merpig. Oh. Oh, ich habe überlebt. X-Plan noch mal Doppelkill mit Granaten. Passt. Oh, der Torbe hat Level up. Der hatte ich die ganze Zeit immer näher. Dein Erzfeind Nummer 1. Ja, dann werden wir das Level wieder wegnehmen. Das passt so nicht. Wie machst du das? Mit STRG, ALT entfernen. Ich dachte, ALT F4. Moment, ich muss mal. ALT plus F4 für Free Tokens. Vithano, hat es bei dir geklappt? Komm, spiel mit. Komm, mach mit. Nice, Vithano. Mach nochmal. Gibt es 5000, 4000. Wow. Leute, das ist was? Nein, fuck. Ich dachte jetzt schon. Ich auch. Brain lag. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch? Eine geht noch. Bevor wir hier noch mehr Leute mobben, würde ich sagen, starten wir noch eine Runde. Ah, warte mal. Ich habe eine Runde. Ah, das ist doof anzusehen. Beschreibe wieder deine Traum-Map, die du gerade gerne hättest. Ein schönes, geiles Auto. Ein Rauchfang muss auch zu sehen sein. Was hast du immer mit deinem Auto? Ja, ich stehe auf Autos. Ich bin da ziemlich der... Oh, warte, ich habe was. Wir nehmen eine Weihnachts-Map. Ja, genau. Ist ja schon bald wieder Weihnachten in... Zehn Monaten. Aber ich bin überrascht, dass niemand reingefallen ist auf unseren genialen, hinterhältigen Plan. Das kann nicht immer funktionieren. Vielleicht das nächste Mal. Oder auf den Beginner-Servern. Aber hier wahrscheinlich nicht. Ja, da würde es bestimmt funktionieren. So, Moment. Da kannst du jetzt taktisch warten in irgendeinem Haus. Ah, du bist sogar schon oben in einem Haus. Ich habe da schon längst... Wow, die ist aber groß, die Map. Du kannst auf ein Dach... Du kannst irgendwie rausgehen. Ah, da drüben sind sie. Ja, ich bin schon oben. Von oben kannst du taktisch warten. Oder taktisch sterben. Das Problem ist halt, die sind zu weit weg und ich habe keine Waffe mit der ich da so... Ja, okay, das stimmt auch. Oder du gehst zum Gegner-Spawn. Der war genau in der Richtung von wo die kamen. Und... ... und bekämpfst dich. Äh, wartest dort taktisch in einem Haus. Ich rush die Base. Ich brauche Deckung. Also du... Du rushst die Base und Skrillex droppt die Base. Oh, das sind drei Leute. Wir sind hier auf einer geheimen Mission. Die Base zu droppen? Hier die Keksbanane und ich. Die Regel hier. Wer hat die Regel? Wir Reg... Ja. Warte. Ich habe meine Periode. Deswegen waren hier auch gerade rote Blöcke. Das wird ja immer schlimmer hier. Gut, Keksbanane vor! Boah, Keksbanane! Ich dachte, du hast mein... Ich dachte, du hast mich! Oh, ich habe euch angeschraubt. Wart mal, jetzt kann ich vordrücken und dann bin ich geheilt. Genau. Du bist nicht nur Tank, du bist Healer. Ach, ich bin ja Tank. Du bist DD. DD und Healer. Oh, das sind die Gegners. Gib ihm! Gib ihm! Das sind die Gegners. Lebst du noch? Oh, das ist eine Schott, die Karotti. Wann stirbt er endlich? Jetzt ist er tot. Nice. Schau, wie er liegt am Boden. Oh, oh. Was? Oh, oh. Ich bin hier im Gegnerspawn. Oh mein Gott, Agent. Agent! Warum heißt du eigentlich Vethano LOL? Bist du laughing out loud, oder? Nö, Vethano war schon besetzt. Aber hast du schon in Brick Force Leute, die deinen Namen haben? Den Namen klauen, das finde ich überhaupt mal krass. Es gibt sogar Vethano 2.0 oder so in Brick Force. In Brick Force? Jo, mir hat irgendwann mal geschrieben, Vethano, ich habe hier jemanden gesehen, der heißt Vethano 2.0, bist das du? Und ich, ich habe keinen Brick Force Account, also bin es nicht ich. Okay. Aber den Namen hast du ja praktisch erfunden, oder? Jo, habe ich. Wobei, mittlerweile gibt es irgendwie schon ein paar komische mexikanische, spanische Accounts, die auch so heißen. Aha. Oh oh. Ich will ja gar nicht wissen, wo du dich so rumtreibst. Jo. Da gibt es, da habe ich dir letztens gelinkt, diesen Nickname-Überprüfer. Ach so, der Typ da, ich weiß schon. Vernichtung pur. Das war die Rache für vorhin. Oh, ist der wieder, ja? Oh, und er killt sich selbst. Wo bin ich? Wo bin ich? Die Stelle ist gut, bleib dort, die Stelle ist gut. Aber ich glaube, ach so, ich komme nicht mehr rein. Oh, ich kann mich nicht hinhockerlen. Nein, das geht nicht. Oh, er hat meinen Campspot gefunden. Volt LP. Er wollte sich rächen. Jo. Ich habe ihn aber noch nicht getötet, glaube ich. Das ist alles, ich rächen. Doch, doch, doch. Das war der Typ. Wo du gesagt hast, get down, get endlich down. Echt? Echt? Ja, das war der Typ. Ich merke mir den Namen nicht. Ich bin da irgendwie... Du musst ja nur die Outfits merken. Die sehen ja alle ziemlich lustig aus. Oh, der kämpft hier. Der Agent kämpft hier. Jetzt geht es ans Eingemachte. Er wartet taktisch. Camper darf man ja nichts sagen. Das sind alles taktische Warter. Die schimmeln nicht in der Ecke, sondern die warten einfach nur. Oh, Mann. Die warten auf bessere Zeiten. Das war wieder eine Armbrust. Sagen wir doch vorne, sind das alles okay. Du musst immer rumflamen. Du musst sagen, nein, schon wieder mit der Armbrust, alle Snoops. Nein, war kurz. Was machst du? Wo bist du? Wieso lachst du so? Ich habe schon mal den Chat. Ach so. Lacker. Genau, die typischen Wörter, die da immer kommen. Lacker. Kann man auch rauf? Du musst, warte mal, was wollte ich sagen? Genau, du musst da noch ein paar Ausreden bringen. So, ich bin nicht eingespielt. Und ich spiele gerade mit schwarzem Bildschirm. Ich sehe gerade den Volt-LP, aber ich treffe ihn irgendwie nicht. Ich glaube, der tötet mich jetzt gleich. Wo bist du? Ich helfe dir. Auf dem Dach ist er irgendwo. Ah, hier drüben. Das ist die Kirche. Was machst du da? Das bringt überhaupt nichts. Ich schieße da einmal, weil Torfeuer geht nicht auf die Entfernung. Ja, das stimmt. Aber... Bist du nach oben? Ich will runter. Ich traue mich nicht springen. YOLO! Rest in Peace, Vetano. Hashtag Swag. Keksbanane fragt dich gerade, ob du einen Keks haben möchtest. Ein weiterer Win. Jetzt war ich letzter in der Map. Das war nicht so gut. Okay, das schneiden wir aus. Wobei ich so weit will. Wir dürfen nur gute Sachen. Ja, wegen dem Score. Der Score zählt immer. Ach so, okay. Das heißt, du kannst null Kills haben und trotzdem den höchsten Score, dann bist du erster. Und ein Hacker wahrscheinlich. Und ein Hacker und das sowieso, genau. Jo. So läuft das. Okay, also Alte 4 hat leider keiner gedrückt. Trotzdem waren es wieder lustige Runden. Und dann geht es bestimmt auch beim nächsten Mal weiter, oder? Ich stimme zu.